ja hallo und herzlich willkommen zu dieser ausgabe let's play world of warships und heute sehen wir uns das neueste tier 8 premium schiff alabama an dieses hat es ja erst vor kurzem in den premium laden geschafft ich habe mir dazu ein replay rausgesucht weil einfach leider ist zwar eins eingeschickt worden aber das habe ich nicht verwenden können weil keine screenshots dabei war beziehungsweise nicht die die ich gebraucht hätte von dem her schade darum deswegen aber hier jetzt trotzdem ein anderes was leider auch ein bisschen doof ist denn mit der neuesten version kann ich euch selber keine ansicht mehr bieten das heißt ich kann mich hier selber nicht mehr frei umschauen sondern nur noch das anschauen was der spieler uns hier zeigt zwar ein bisschen ungünstig aber auch das werden wir überleben wenn er keine ganz kuriosen kamerafahrten anbringt sollte das funktionieren jetzt schauen wir mal gleich da hier vielleicht richtung fuso da schon was passiert wir sehen knapp 28 29 sekunden nach ladezeit hat das schiff und er kommt hier schon in den fokus der gegner schüsse auf diffuso haben leider nicht wirklich gesessen er brennt dafür aber schon sofort und hat jetzt da vor sich schon eine shinome shinonome natürlich ich wollte hier nicht eine silbe verstecken schüsse direkt raus darauf aber zu spät für die auber denn die hat schon erwischt allerdings eine gegnerische auber könnte wiederum auch gleich das zeitliche segnen so der brand ist so gut wie komplett durch er wird wahrscheinlich da den dann gegenheilen hätte aber auch während des brand schon machen können so die auber hat noch 1000 hit points das ist natürlich ein leichter schmackenfatz und nein doch einer hat noch geklappt ich dachte schon dass er den da entkommen lässt so brand ist durch und natürlich wie vermutet heilt er den gegen aber das hat wieder ein bisschen zeit gekostet und da ist die shinonome wieder offen auch mit dem rauch kann sie da jetzt gerade nicht entkommen ein bisschen vorgehalten und schüsse sind unterwegs 1300 schaden nicht wirklich mächtig er muss nur aufpassen dass jetzt hier die torpedos nicht gleich richtig unangenehm da ankommen bei ihm aber alles gut die sind deutlich weiter steuerbordlastig gesetzt worden und jetzt ist er da leider schon direkt aber im letzten sekündchen hinter die insel gekommen deswegen bleibt ihm jetzt hier nichts weiteres als noch vielleicht den cap einzunehmen die katapultjäger lässt er mal in die luft um hier sich so ein bisschen bessere sicht noch eventuell zu verschaffen fuße von vorne bleibt da auf ihm drauf so und jetzt kommt da die cleveland die sollte ein schönes ziel ergeben oh ne er nimmt die shinonome und jetzt hat er sie weggemacht das war auch ein wichtiger kill sehr gut da das ziel gewechselt weil ganz klar er wollte zuerst die cleveland haben hat sich aber dann umentschieden weil er gesehen hat ah ne die andere die ist da das deutlich schlimmere ziel und die torpedos dementsprechend laufen auch gut ins leere und jetzt nachgeladen und jetzt raus richtung cleveland die ist schön breitseitig also das könnte man richtig scheppern und oh genau so ist es auch das war mal ein treffer nach maß da hat die cleveland aber mal so gar keine chance gehabt Diffuso kommt da auf ihn drauf gefahren jetzt kann er natürlich auch schon langsam gas geben denn der cap ist hier beendet der ist seiner damit haben sie jetzt auch endlich den ersten punkt der Gegner hatte ja schon etwas länger den c cap für sich der b cap ist noch umkämpft jetzt die nächste heilung angeschmissen dass er richtig frisch gegen Diffuso da ins game kommt und jetzt zack Diffuso auch die schön getroffen 24.000 damage einfach mal sang und klanglos drauf gebratzt so ein Diffuso hat noch wirklich kein auge für ihn man sieht die türme sind noch ganz woanders hingedreht die gehen nämlich hinten auf den kreuz da drauf auf der minimap kurz zu sehen gute distanz 5,8 kilometer zum zeitpunkt des abschlusses zwei zitadellen und auch hier die zerstörung tschüssikowski natürlich Tier 6 Schlachtschiff gegen Tier 8 klar da hat er es leicht aber jetzt wird es mit einer gegnerischen Alabama viel viel schwieriger er hat aber den deutlich schöneren Winkel er fahrt sehr spitz auf die zu die Alabama da doch ein bisschen seitlicher er dreht jetzt nicht zu weit rein und die Alabama die kommt jetzt auch rüber mit dem Buch so ein bisschen Schüsse raus aber da natürlich mit dem Winkel nur 4000 Schaden und jetzt wird es hier richtig interessant weil jetzt die beiden Dickpötter auf sich gegenseitig zufahren beide fast die gleichen Hitpoints beide um die 50.000 Schüsse sind raus auf ihn der hat auch schon mal gewummst 15.000 hat er hier eingebüßt aber er macht auch da 15.000 also sie schenken sich hier gar nichts und die nächsten aber der war nur mit 4.800 sekundären Schießen natürlich auch er hat hier noch eine Heilung am Start muss er jetzt mitdrehen weil sonst kommt er nicht mehr drauf die gegnerische Alabama die lässt ihn schon gewähren das heißt Schüsse raus aber der Winkel der war zu spitz alle abgeprallt und jetzt nochmal von hinten da ein paar rein wenigstens die haben gesessen und die Fuso die hat es der Alabama dann final besorgt damit hier jetzt 6 Schiffe gegen 5 wobei der Gegner einen Cap mehr hat also hier ist noch nichts entschieden Hipper darf man nie unterschätzen hat wirklich gute Kanonen am Start so und jetzt dreht die Hipper richtig perfekt noch ein Stück weiter bräuchte das genau so jetzt kann er wahrscheinlich die auch mit der nächsten Zahl wenn man richtig schön versenkt hat auch kaum mehr Hitpoints und da ist er auch schon er hat sich hier die Krake schon sicher geholt 5 Kills 121.000 Damage hier ein paar vereinzelte Torpedos aber da sollte er denen wohl allen ausweichen können beziehungsweise nein der hat noch getroffen da hätte ich gedacht er kann noch weiter eindrehen hat aber nicht funktioniert aber jetzt ist es natürlich blöd er flutet hier nämlich kann jetzt gerade gar nichts dagegen tun außer weiter Schaden zu machen auf die Nagato und oh ja darauf kann er sich perfekt konzentrieren hier die Citadelis Großkaliber und der 6. Kill weiterhin hier am Fluten jetzt könnte er zumindest mal gegenheilen aber er will wohl unbedingt das weg reparieren genau so ist es und jetzt heilt er es gegen also das verstehe ich nicht warum er das nicht immer sofort macht und hier auch Miyoko direkt nochmal eine Zitadelle dafür dass er hier überhaupt sich ertreistet hier auf ihn zu schießen 3 Schiffe gegen 5 langsam aber sicher schaut es sehr gut für sie aus wobei er muss aufpassen links neben ihm geht jetzt hier noch der Zerstörer auf die Akatsuki hat auch die Torpedos schon auf ihn rausgeholt aber jetzt nimmt er erstmal die Miyoko Schüsse raus und hier auch wieder da die Zitadelle 14.400 Schaden 180.000 hat er schon so soll das sein und jetzt ist wirklich nur noch die Akatsuki am Leben auch wenn sie einen Cap mehr haben aber das sollte einfach nicht mehr möglich sein das noch zu gewinnen da ist er auch schon wieder offen ich sag schon mal langsam Tschüss vielen Dank fürs Einschalten ich hoffe es hat euch gefallen bis zum nächsten Mal euer Alcaramba bis zum nächsten Mal